Liebe Kunden, herzlich willkommen bei Chemtech Anwendungstechnik. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie bei Ihrem Chemtech Seed Cleaner den Nachfüllbeutel austauschen. Was benötigen Sie dazu? Nur den Nachfüllbeutel, sonst nichts. Öffnen Sie den Seed Cleaner, indem Sie den Entriegelungshebel hinten am Gehäuse nach oben durchdrücken. Dann geht der Deckel auf, ziehen Sie am Entriegelungshebel für den Nachfüllbeutel nach vorne und ziehen den Nachfüllbeutel nach oben heraus. Nehmen Sie nun den neuen Nachfüllbeutel. An der Unterseite erkennen Sie hier zwei Aussparungen. Diese zwei Aussparungen müssen in diese zwei Nasen hier eingefügt werden. Nehmen Sie den Seed Cleaner Beutel und drücken ihn, bis er einrastet, in die Arretierung ein. Schließen den Deckel. Fertig. Die Funktionsprüfung Ihres Chemtech Seed Cleaners, indem Sie den Drücker mehrmals drücken, solange bis die Desinfektionsflüssigkeit austritt und das Gerät ist somit einsatzbereit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Chemtech-Produkt, Ihr Andreas Muck.